So, genug gesagt, Bühne frei für den ersten Gig. Quagga! Danke, Doktor. Danke, sehr geehrte Damen und Herren. Heute ist ein schöner Tag. Wir sitzen alle hier und genießen jetzt Quagga. Ja, genau. Das ist, Mann. Klasse, wie das läuft. Ja, bei dem Radioauftritt haben wir ja eher ruhige Songs gespielt, was melancholisch düstert. Heute wollen wir ein bisschen mehr Partie machen mit euch. Passt euch das? Er hat mich gehört. Hört ihr mich da hinten auch? Hört ihr auch Chimo? Ja. Ja. Ah, toll. Keine Zeit heute. Gleich weiter mit dem ersten Song. Aha. Der ist ganz neu. Er scheint wie die Sonne. Aha. Gieß mir. Ich sehe die Räne wenn die Skye ist blue. Ich sehe die Sonne wenn es rainy, too. Ich sehe mich wenn es Sie, Dödeen. Ja, ein bisschen der Cake. Ich bin die Topping Queen. Es ist Zeit, du musst dich über. Die Superhemmelze. Es ist Zeit, du musst dich über. Er ist eine Arbeit mit euch. Hört ihr auf. Er ist ein Börse. Er ist ein Börse. Er ist ein Börse. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wogga. 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 Ihr habt es verstanden. Danke. Ach so. Vielen Dank dafür. So können wir weitermachen. Hast du noch einen? Sekunde. Terz, Karte, Quintel. Los geht's. Kein Problem. Ach, wie ist das gefummelt immer. Du kennst das ja auch mit den Rechnern so. Ja, ja.